Heute möchte ich über das da sprechen. Was ist das? Mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2. Jetzt würden Sie sagen, das ist ein typischer Industriekatalog mit umfangreichen Sortimenten, Tabellen, vielen Kapiteln und Unterkapiteln. Da sage ich natürlich, Sie haben recht, aber das ist es nicht. Das ist weltweit der erste Facettenkatalog. Das heißt, dass wir aus der User Experience eines Webshops die Facetten nehmen und über Regeln definieren, wie ein Katalog aussieht und den natürlich vollautomatisch generiert. Das heißt, es gibt gar keine Print-Katalogstruktur mehr im PIM-System, sondern es gibt nur die Facetten in dem Webshop, die Facetten aus der digitalen Experience und über Regeln bauen wir den Katalog automatisch auf. Riesenvorteile für WAGO. Erstens, Sie können zielgruppenorientierte Kataloge machen, die eigentlich heruntergebrochen bis auf den einzelnen Kunden dargestellt werden können. Sie haben keinen zusätzlichen Pflegeaufwand. Die Erfassung eines einzelnen Artikels mit den Facetten aus dem Webshop stellen sicher, dass der Artikel in allen Katalogwerken, die WAGO publiziert, an der richtigen Stelle dargestellt wird. Dritter Riesenvorteil, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen der Produktdarstellung online und im gedruckten Katalog. Es gibt nur noch einen Kanal, der ist digital, mit fantastischen Conversion-Tools wie dieser Print-Katalog. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Thorsten Huber, Geschäftsführer von Werk 2. Gerber, Geschäftsführer von Werk 2. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hier habe ich alles gerne als Sachen gesehen. Ich bin jetzt hier in der Lieblings-Katalog.